Und damit wieder Hallihallo, Hallöchen Leute, zurück zu einem neuen Video. Ja, äh, was ist das jetzt eigentlich für ein Format? Ich würde sagen, es ist nur ein News-Format. Eigentlich wollte ich damit erst im neuen Jahr anfangen, wenn ich endlich mal meine Webcam habe und ein Greenscreen und alles aufgebaut habe. So ein bisschen Zaubererei, tata, und habt ihr nicht gesehen. Bum, bum. Und zwar geht es heute um das Spiel, ja, ihr werdet es bestimmt kennen, GTA 5. Eigentlich nicht genau um das Spiel, sondern nur um jemanden, eine berühmte, ja, mehr oder weniger auch positiv berühmte Hollywood-Person. Und zwar Lindsay Lohan. Ja, ihr kennt es bestimmt, hier ist ein Archivfoto. Früher war sie ja eine richtig gute Schauspielerin, zum Beispiel bei Filmen wie Herbie, da war sie richtig gut, da war sie ja auch noch jung. Aber jetzt in letzter Zeit macht sie eigentlich nur noch Schlagzeilen mit ihren Alkohol- und Drogenzessen. Und ich frage mich, sie hat ihre Karriere, damit denke ich mal, größtenteils ruiniert. Naja, aber das ist jetzt egal, ihre Karriere geht mich jetzt an. Aber vielmehr finde ich interessant, dass Lindsay Lohan jetzt gegen Rockstar Games klagt. Und zwar sieht sie sich dreimal in dem Spiel wieder und ich finde ja eigentlich ist das eine gute Werbung für sie. Aber sie findet sich wahrscheinlich angegriffen. Vielleicht möchte ich das einfach nur wieder Aufmerksamkeit in den Medien erregen. Und zwar sieht sie sich in drei Fällen irgendwie, naja, Misshandeln ging jetzt komisch, aber ihre Persönlichkeit raubt. Der erste Fall ist das Cover, beziehungsweise ein Werbebanner von GTA 5. Hier sehen wir eine rothaarige Frau im Bikini, die ein Foto von sich schießt. Ja, gut. Ich frage mich, wo die aussieht wie Lindsay Lohan im Gesicht. Vielleicht ein kleines bisschen, nein, eher nicht. Und diese Figur hatte sie auch vor Jahren vielleicht. Weiter geht es mit einer Nebenmission, in der wir Lazy Jonas vor den Paparazzi schützen müssen. In der Figur von Franklin, denke ich mir mal, war das. Aber ich glaube, ja, das kann man eigentlich mit jeder beliebigen Hauptfigur machen. Jedenfalls sollten wir die da vor den Paparazzi retten. Hier ist das Video. Und, naja, gut, ich weiß nicht, ob sie da so ähnlich aussieht. Ich würde ja sagen, eher, nein. Und selbst wenn, mit, die hat ja hier, ist sie so stark vermummt und alles, also, wo sie sie da wieder sieht. Keine Ahnung, spielt sie Mumia? Ich weiß nicht. Der dritte Fall, da sieht sich wieder in dem Chateau-Hotel. Das ist ja ein Chateau-Mamon-Hotel, angelehntem Ort. Das ist diese grünberüchtige Sex-Szene im GTA 5. Und da wird ja diese junge Frau, hier ist einfach immer das Video, von dem Kerl bearbeitet. Jedenfalls sieht sie sich, wie gesagt, auch dort wieder. Ich weiß nicht, was sie sich dabei denkt. Das kann doch nur eine PR-Strategie sein. Aber ob die so gut gelaufen ist, ich bezweifle, dass ehrlich gesagt... Ja, was haben wir noch Neues? Ich weiß nicht, wie sich das durchringt. Ihre Anwälte prüfen das zur Zeit, ob das ungerechtens ist. Ich kann ja gleich sagen, nein, bestimmt nicht. Weil, wie gesagt, eigentlich ist es ja nur Werbung. Fairtrade würde ich in dem Fall. Und, na gut. Da muss ich aber selber wissen, ob sie dann mit ihrer Zeit und ihr Geld vergolden will. Da könnt ihr ja drüber nachdenken. Vielleicht sogar einen Kommentar überlassen. Ich bin euer Mr. Tim Burben. Haut rein, Leute. Bis zum nächsten Video. Ciao. Ciao.